1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, ja, die ist gut, ja. Das ist gut, ja. Das ist gut. Das ist gut. Du bist schon gut. Du bist so gut. Und hier. Dann gibt es. So. Es gilt bei uns, wenn wir sagen, bei einem Freundstoss, sind beide vom Ober gut. Sind beide erlaubt. Ich muss es sagen. Wenn man mit der Verprüfung kommt, das heisst 3 Vorunstoß und du bist unten. Du musst wissen, dass wenn du so bist, ist es auch ok. Wichtig ist nur, wenn ich vorunstoße, dass die Hüfte nicht gleich wird. Dass du nicht so stehst, sondern dass die Hüfte nicht gleich wird. Nehmen wir mit Hüfteinsatz. Stoß, das heisst immer Hüfteinsatz. Unstoß, Hüfteinsatz. Während der Stoß nicht, Hüfteinsatz. Alles geht nicht Hüfteinsatz. Er kommt auf Schuhe. Gerade der Hüfteinsatz. Wir machen das machen. Noch mal. Ich mache gerade den Hüfteinsatz. Ich zeige es dir schon mal ganz schön. Er macht den Schwingung. Bewegung 1, Sender, Hüfteinsatz. Er geht raus ganz normal. Und auf 1, Hüfteinsatz. Das wäre ein Gehen nach dem Hüfteinsatz. Das wäre ein Gehen nach dem Hüfteinsatz. Der 1, Bewegung. Nach dem Hüfteinsatz. Nach oben gehen. Nach unten gehen. Schock. 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 Das war's für heute. Das ist ein Tätig, der hat sich in den ersten Geist gelegt. Die sind alle da ausgehen. Wenn ich da, geht ich da los. Du machst es, dann gehen wir uns direkt los. Wenn du uns reingest, jetzt kannst du es sehen, wenn du es so sehr, hast du es hier unten gegeben. Dann hat es uns ein Fuß so los. Die Bewegungen. Wenn du oben kommst, was passiert bei dem Fuß? Wenn ich da komm, dann kann es sein, wenn du gut stehst, und wenn du da oben kommst, dann kannst du das, dann kannst du den Druck aufs Nieder. Dann knackt ihr den Nieder, dein Fuß knackt sogar los. 100%, weil da ist schon der Hebel wieder. Der hält, und da kommt der Hebel da hinten rum. Das heißt, du kriegst schon da irgendwo gehen ums Nieder ab. Dem geht eigentlich nichts mehr, kaputt wie es Nieder. So normal wie sich das aussieht, dann kannst du das nicht machen. Das ist mir egal. Jetzt ist mir egal. Ich bin da oben, ich bin da oben, da kann ich nichts mehr los. Machst du es was? Du hast da den Schmerz und es nie. Das ist eigentlich nur, ich kriege aus mir ab, der Oberschenkel ab. Der Oberschenkel, die Haule, die Träte, und es geht nicht mehr los. Wenn du das nie machst, dann ausbänden. Kommst du gleich, kommt da los. Der Sturz, da sind wir einfach da rein. Und dann setz ich mich. Nein. Mein Schaden ist schon da, Bewegung 1, 2, 1, und dann gehe ich da ran. Und jetzt gehe ich da los. Ich muss runterfahren. Bitte? Ich muss runterfahren. Ja. Und hinten am Draht runterfahren. Und das war's noch. Und da hast du halt alle Möglichkeiten. Du kannst sagen, mit dem Schaden, gerade den Fußschuss. Das Ding sieht ja normal so aus. Der kriegt da, schwänger. Schwänger. Und dort, schwänger. Ich kriege auch nicht gerade den Fußschuss. Er kriegt da schwänger. Ja! Da, 1, und jetzt geschehen. Hier und da. Von da, 1, und jetzt nach runter. Dann wirst du auch gehen die zwei Punkte. Und hier geht es bei Ihnen. Er ist immer noch richtig gut. Zehn dir die Gesäge. Ich- 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 Untertitelung des ZDF, 2020